Hallo und Herzlich Willkommen zum Let's Play Together Minecraft Wir haben schon mal aufgenommen, aber leider... Ja, wir haben aufgenommen und der... Wir haben vergessen, das Headset anzumachen Und jetzt haben wir uns kurz blöd angeguckt Ich gucke jetzt, wie man am Bus wo... Und wir haben jetzt zwei Diamanten und er auch zwei Diamanten Wir haben noch ein bisschen Eisen Hier ist mein Eisen, ja Und... Ja, ja, ist klar Was ist jetzt blöd? Ich kann nicht so gut ein, nachher da Und Gold, ja und Gold haben wir auch noch Jetzt mal Gold haben wir jetzt noch Na, wollen wir jetzt noch in den Ofen So, der schon nicht Ach, ich wollte noch so einen speziellen Minecraft Mod gucken Ja Aber jetzt nicht, ne Jetzt aber nicht So, was sollen gleich machen? Guck mal, die ist perfektioniert Top My Rim Das ist schön, guck Alle Ja, das ist... das ist echt gut Jetzt bekommst du die Hälfte meiner Kohle in dein Kohlenumfäng Und... Und wir sind ja wieder mit den Schädermot dabei Weg Ja 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 Das ist schon mal fiquei Ja 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 Ich hoffe uns war mal einer Axt, ja was guckst du da die Axt liegt in deiner Kiste mal bitte ein Helm und ein Oberkörper und dann in denen wie viel das gemacht hat ein Eisenhof ich bin und ich bin nicht verarschen er wechseln ich komme ja schon ich komme ich bin der Grund nur noch vor Ort wir brauchen auch Schafe dann könnten wir auch so einen kleinen Leuchtturm Ambo Ambo ich glaube ich weiß wie man einen Ambo baut ich probiere es mal auch So-So-So-So was passiert wenn man alle Kartoffeln ist Wolle braucht man Eisenblock Ok da bin Jo wieder ey was ist gedacht dann mach ich mal die drei Eisenblicke ok Tja tut mir auch leid Nico ich brab mir dann noch kurz mal eins aber nur und so nicht raus ich habe so gut wie auf der Reise gar keine Kohle und ich habe den Anbuss fertig gebaut Jo umgeheben und einmal damit in die Ecke und hier könnte er perfekt 9 ja und okay dann entlang nicht ein Oberkörper ja wenn es nur noch nicht dann Häls Verwagte bis Verwagte bis Verwagte Verwagte und und aber ein bisschen Eisen gehen wie nicht auf den Ambos gebaut auch so ein Jahr 1 um die damen an was über das gibt es die genau 4 3 9 auch auf mich für mich jetzt in oberkörpern das ist für mich aber du bist dafür in den Schank mit Bucke und das habe ich immer mit dem Oberkörper gibt es auch wieder hier und ich habe jetzt hier einmal für den Helm durch die Helm und das 5.7 um also kannst du um und ich habe drei jetzt auch gebraucht hier aber dann muss um ab und zu drei um zu zweiein und einmal das hier ab jetzt ein Tag ich krieg das einfach nicht gut noch hätte so andersherum muss das die Monat drei Erfahrungspunkte ach so dann lauert da draußen lauert ein Schweinrennen m Mokkotl ist dunkel müssen doch kennen gehen er hat in den aber ich bin mir andersrum ich war nicht mehr weil ich habe gesagt rechts ja gute Bacht Nico 4 so ist okay wie soll ich ein Diamantenschnitt bauen hätte ich nicht getan wie wollen dass du in Frankfurt okay macht doch aber ich habe ja noch zwei Diamanten für in Schöneburg aber ich ja ich mache mal auch mit ihr schreckt oder lass mal Diamantenschnitt ich bin mir jetzt nicht so sicher Diamantenschnitt wäre natürlich besser ja dann gebe ich dir mal einen Diamanten okay